Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, sehr verehrte Gäste, 25 Jahre Rosa-Luxemburg-Stiftung, das ist eine stolze Zahl. Und ich denke, stolz können wir alle sein auf die Entwicklung unserer Stiftung. Vom, ja, ein wenig ungeliebten Schmuddelkind, davon war so ein bisschen im Film zu hören, zu einer linken Denkfabrik. Und demnächst werden wir auch, naja, demnächst vielleicht so in zwei Jahren, werden wir auch ein eigenes Gebäude haben, und zwar genau auf dem Gelände des Postbahnhofs, wo wir uns jetzt befinden. Das ist auch der Grund, weshalb wir die Veranstaltung hier in diesen Räumlichkeiten machen. Also drücken Sie die Daumen, dass alles gut geht, dass wir mit unserem Gebäude schnell vorankommen. Ja, ich freue mich, dass so viele Gäste an unserer Feier heute teilnehmen. Und eigentlich müsste ich jetzt jeden Einzelnen begrüßen, aber ich fürchte, dann würden wir morgen früh noch hier sein. Deswegen gestatten Sie mir, nur einige wenige zu nennen. Ich begrüße ganz herzlich Botschafterinnen und Botschafter, beziehungsweise Vertreterinnen und Vertreter von Botschaften aus 15 Ländern. Seien Sie herzlich willkommen. Ich freue mich über die Kolleginnen und Kollegen aller anderen politischen Stiftungen, die heute mit hier sind. Ja, unsere Zusammenarbeit ist deutlich besser als die Zusammenarbeit zum Beispiel der uns nahestehenden Parteien. Wir hatten ja gestern unter anderem ein Treffen beim Bundespräsidenten, also alle Vorsitzenden der politischen Stiftung waren gestern beim Bundespräsidenten und hat sich der Bundespräsident geoutet. Er hat nämlich gesagt, er sei ein Bewunderer, jetzt zitiere ich ihn, ein Bewunderer und Liebhaber der politischen Stiftungen. Und er hat uns, also der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ausdrücklich zu 25 Jahren gratuliert. Ja, herzlich willkommen, Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages. Ich begrüße Gaby Zimmer, die Vorsitzende der Linksfraktion im Europäischen Parlament. Ich begrüße alle Europaabgeordneten, alle Bundestagsabgeordneten. Wenn ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, bitte nicht schimpfen. Ich begrüße natürlich den Parteivorsitzenden der uns nahestehenden Partei, die Linke, Bernd Rixinger. Sei uns herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass eine ganze Reihe von Vertreterinnen und Vertretern der Bundesministerien, hier sind also derjenigen, die sozusagen nicht das Geld geben, das Geld bekommen wir vom Parlament, also vom Gesetzgeber. Aber die es zumindest ein Stück weit mitverwalten und doch dafür sorgen, dass wir es ordentlich einsetzen. Ja, zu Gast sind heute auch eine ganze Reihe von Partnerinnen und Partnern aus dem In- und Ausland. Ich freue mich darauf, dass wir auch künftig gut zusammenarbeiten werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, wenn wir über die erfolgreiche Entwicklung der Rosa-Luxemburg-Stiftung sprechen, dann haben daran viele einen Anteil. Ein besonderer Dank gilt den Gründungsmüttern und Gründungsvätern unserer Stiftung. Lassen Sie mich einige wenige nur hier nennen. Evelin und Dietmar Wittig, Klaus Höpke, Kurt Hövelmanns, Jochen Weichholt, Klaus Steinitz, Alexandra Wagner, André Brie, Rolf Reißig und ich müsste noch viel mehr nennen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und bleibt uns noch lange treu. Wem jetzt möglicherweise aufgefallen ist, dass der Anteil von Frauen doch etwas geringer ist, dem sei eine Bemerkung gestattet, der Anteil von Frauen in der Mitgliedschaft der Rosa-Luxemburg-Stiftung beträgt heute mindestens 50 Prozent und auch bei den Beschäftigten im Übrigen. Ja, mein Dank geht zuallererst an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stiftung in der politischen Bildung, in der internationalen Arbeit, im Studienwerk, in der Gesellschaftsanalyse, in allen Bereichen, in der politischen Kommunikation, im Archiv und so weiter. Ihr gebt unserer Stiftung tatsächlich ein Gesicht und einen Namen im In- und Ausland. Euch haben wir es zu verdanken, dass die Stiftung tatsächlich ein gutes Image hat. Ganz, ganz herzlichen Dank also allen Beschäftigten, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Stiftung. Ja, und natürlich wissen wir, dass eure engagierte Arbeit oftmals auch über die eigentliche Arbeitszeit hinausgeht, dass ihr wirklich lebt für unsere Stiftung und das finde ich ganz toll. Ja, ein wichtiges Fund unserer Stiftungsarbeit ist das ehrenamtliche Engagement. Was wären wir ohne die Landesstiftung, ohne die Gesprächskreise, ohne die Vertrauensdozenten, ohne den wissenschaftlichen Beirat, ohne die Studierendenvertretung, ohne die Vorstände in den unselbstständigen Stiftungen und vieles andere mehr. Das Ehrenamt ist für uns tatsächlich ein unverzichtbares Standbein sozusagen unserer Arbeit. Vielleicht sollten wir das öfter würdigen. Ich möchte es heute wenigstens tun. Ganz, ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die sich ehrenamtlich unserer Stiftung verbunden fühlen. Ja, und natürlich zählen wir auch weiter auf euch. Ja, wenn ich nun von Ehrenamt spreche, darf ich natürlich meinen Vorstand nicht vergessen, der ja auch ehrenamtlich tätig ist. Vielleicht sind unsere Sitzungen manchmal ein bisschen zu lang. Aber ich habe einen Vorstand, der das tiefe Bedürfnis hat, diese Stiftung mitzugestalten, sich also voll mit einzubringen. Und vieles in den letzten Jahren in unserer Stiftung ist vor allen Dingen auch dadurch erreicht worden, weil dieser Vorstand seine Gestaltungskompetenz auch wahrnimmt, auch ernsthaft wahrnimmt. Und dafür möchte ich euch allen ganz, ganz herzlich danken. Ja, und dann muss es natürlich jemanden geben, der die Geschäfte führt, damit es sozusagen ein gedeihliches Miteinander von Ehrenamt, Hauptamt, Stiftung, Vorstand, Leitung und so weiter gibt. Lieber Florian Weiß, Hochachtung für das, was du leistest und lass dich jetzt einfach mal so aus der Ferne ganz doll drücken von mir. Ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, die Geburt der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor nunmehr 25 Jahren ist eng mit dem Umbruch in der DDR verbunden. Dennoch, von Anfang an ging es den Gründungsmitgliedern nicht um ein Festhalten, um Nostalgie oder gar Rechtfertigung eigenen Handelns. Es gab den festen Willen, sich ehrlich und selbstkritisch und zwar als Beteiligte mit der DDR-Geschichte auseinanderzusetzen. Und zugleich wurde erkannt, dass die Gesellschaft, der wir beigetreten waren, eine kritische Analyse von links braucht und dass aus dieser Analyse Alternativen erwachsen müssen. Alternativlos ist das Wort der Kanzlerin, es ist nicht unseres. Die Transformationsforschung, die Suche nach dem Weg von sozial für sozialökologische Umgestaltung, eine gerechte Umgestaltung, steht von Anfang an im Zentrum der Arbeit unserer Stiftung. Wir setzen auf Veränderungen, die im Hier und Heute beginnen, Veränderungen, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu Nachhaltigkeit, zu friedlichen Konfliktlösungen führen. Und dabei wollen wir aber nicht stehen bleiben. Zugleich wollen wir Wege öffnen für ein neues Gesellschaftsmodell. Wir wollen ein Europa, das sich auszeichnet durch ein Miteinander mit gegenseitigem Respekt und dessen Stärke aus der Solidarität erwächst. Die Realität ist eine andere. Austeritätspolitik ist alles andere als Solidarität. Es knebelt die betroffenen Regierungen, führt zu sozialer Ungerechtigkeit, verschärft soziale Spannungen in den betroffenen Ländern. Und am Beispiel Griechenland, und wir haben den Abend heute ja ein bisschen unter das Thema Griechenland gestellt, ist das nur allzu gut zu beobachten. Wie könnte also ein soziales, ein solidarisches Europa aussehen? Wie könnte es entstehen? Welchen Beitrag sollte eine linke Bewegung leisten? Welche Chance haben heute linke Regierungen wie in Griechenland oder in Portugal? Viele andere Fragen der gegenwärtigen Entwicklung in der Welt warten auf Antworten. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern und Enkelkindern angesichts dramatischer Veränderungen des Klimas, des Raubbaus an der Natur, wachsender Armut und Hunger? Wie verändert sich unsere Gesellschaft infolge globaler Wanderungsbewegungen von Flucht und Migration? Welche Chancen ergeben sich aber möglicherweise auch daraus? Die grausamen Mordattacken in Paris haben erneut den Fokus auf die Auseinandersetzung mit dem internationalen Terrorismus, mit Daesh, dem sogenannten islamischen Staat, gelegt. Ist eine militärische Lösung tatsächlich die einzige denkbare? Wird sie nicht eher die Terrorgefahr vertiefen und verschärfen? Wir fühlen mit den Hinterbliebenen der Opfer und den vielen Verletzten. Aber Angst darf nicht unseren Alltag bestimmen. Und der Einsatz von Militär im Inland und die Beschränkung von Bürgerrechten sind keine adäquaten Antworten. Im Gegenteil, wir brauchen eine deutliche Stärkung der Demokratie. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit sozialer Ungerechtigkeit, mit Ungleichheit. Wir brauchen eine Stärkung der Zivilgesellschaft überall. Als linke Denkfabrik wollen wir an der Beantwortung der Fragen unserer Zeit mitarbeiten. Und das nicht mit fertigen Rezepten, sondern offen, fragend, auch zweifelnd. Und wir wollen das tun in einem emanzipatorischen Prozess, im Dialog mit vielen. Und wir tun das im Inland mit ca. 2500 Veranstaltungen jährlich, mit über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und eine wichtige Arbeit leistet auch unser Zentrum für internationalen Dialog und Zusammenarbeit. Ja, wir haben begonnen mit Büros in Johannesburg, Moskau, in Sao Paulo und Warschau. Inzwischen haben wir 17 Regionalbüros, die in über 80 Ländern tätig ist und mit über 350 Partnern zusammenarbeitet. Unsere Partner sind zivilgesellschaftliche Initiativen, soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Umwelt, Frauen und Jugendorganisationen. Und gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir internationale Konferenzen, Workshops, NGO-Foren, Weltsozialforum. Da sind wir auch mehrfach gewesen. Oder wie im März, da waren wir in New York beim Weltfrauenforum und hatten dort mit einer internationalen Delegation der Rosa-Luxemburg-Stiftung mehrere Veranstaltungen. Und wir waren gefragte Gesprächsgäste, unter anderem die Kollegin aus Bolivien. Und wir werden in wenigen Tagen auch mit einer internationalen Delegation in Paris sein. Wir wollen uns dort einbringen in den öffentlichen Diskurs um das Klima in dieser Welt, um Alternativen zum Klimawandel, um Ideen, die wir haben. Da werden wir ebenfalls mit einer internationalen Delegation dabei sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, ein wichtiges Anliegen aller politischen Stiftungen ist die Förderung von Studierenden und Promovierenden. Aktuell fördert die Rosa-Luxemburg-Stiftung über das Studienwerk mehr als 1000 Stipendiaterinnen und Stipendiaten. Wir legen ein besonderes Augenmerk auf junge Leute mit nicht-akademischem Hintergrund und Migrantinnen und Migranten. Nach nunmehr 15 Jahren Studienförderung findet sich inzwischen der ein oder andere ehemalige Stipendiat als Mitglied des Bundestages wieder oder als Spitzenkandidat des Berliner Abgeordnetenhauses oder inzwischen sogar als Vertrauensdozent der Selbststipendiaten betreut. Also kann man sagen, die Arbeit hier hat sich tatsächlich gelohnt. Danke an das Studienwerk und vor allen Dingen Dank natürlich an die Vertrauensdozentinnen und Dozenten für die Betreuung auch unserer Stipendiaten. Ja, wir haben viel geschafft in den letzten 25 Jahren. Vieles an Arbeit liegt allerdings noch vor uns. Heinz Vietze, mein Vorgänger, hat das in dem Film auch sehr deutlich gesagt. Wir haben noch viel zu tun und wir halten es da ganz mit unserer Namensgeberin. Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, die einen ganz in Anspruch nimmt mit Hirn und Nerven, ist doch der größte Genuss im Leben. Im Wissen darum, dass Rosa Luxemburg auch an anderen Genüssen des Lebens, sozusagen auch an anderen Dingen des Lebens Genuss gefunden hat, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass als Gastredner heute Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist des Sternen, mit da ist. Sie haben den Titel selbst gewählt. Ich bin gespannt, was Sie sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.